Wer wusste eigentlich, dass Crow Kunst macht? Ich bin schockiert. Das hat er gemalt. Ich bin auf eine Ausstellung gegangen und da wusste ich noch nicht, was mich hier erwarten wird. Mein Traum ist es nämlich auch, Künstlerin zu werden und davon zu leben. Das wäre natürlich cool. Und wenn ich mal nicht male, gehe ich gerne in Museen. Diese Ausstellung hat mich echt immer wieder aufs Neue schockiert. Einfach Anna Delvey hat ja ihre Bilder ausgestellt. Das ist die, die so getan hat, als würde sie zur High Society gehören. Dann kam auch schon der nächste Schock. Ich wusste, dass Grimes Musik macht, aber Kunst. Ich stand ein Interview mit ihr, wo sie gesagt hat, das wird das letzte Jahrhundert sein, wo man Kunst machen kann, ohne dass Artificial Intelligence besser ist. Ich hoffe einfach nicht. Nach diesem ganzen Erlebnis habe ich euch nicht draußen erstmal hingesetzt und jemand Fremdes intuitiv gezeichnet. Seid gespannt drauf.